Kann man diesen komischen Kisten da eigentlich auch Hüte und so eine Scheiße finden? Ähm, wenn du die Nice Winter Crate öffnest. Ach, die gibt's ja auch noch. Wenn du die grüne Kiste öffnest. Was ist in den grünen Kisten denn so drin? Warte, komm. Komm mal ins... Ach nee, du bist ja... Warte, ich wechsel in dein Team, dann zeige ich dir mal ein paar Items davon, ja? Jo. Sehr gut. Sorry, Skiller. Oder bleibst du auch? So. Was habe ich denn zum Beispiel da ausgepackt? Das hier habe ich ausgepackt. Ja, ich bin gerade nicht da. Jetzt bin ich da. Wo bist denn du? Ja, warte. Ja, warte. Ich muss mich eben noch ankleiden mit den Sachen, die ich ausgepackt habe. So, das bei Scout. Ähm. Du bist ein Magic. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade hier. Das habe ich ausge... Ah, nee, das war End of the Line. Egal. Äh. Egal, ich kann mich einfach mal weihnachtlich kleiden, ey. Wie viel Geld gibst du für TF2 aus? Meine Wenigkeit. Ja. Ho, 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 ho. Ho, ho. Ich bin voll, oh. Jo. So, warte, warte. Hä? Wo ist denn... Achso, das hier, was ich zum Beispiel anhabe. Dieses, dieses Charot Chainmail. Aber am besten finde ich immer noch. Warte. Äh. Wo ist es denn jetzt? Wo ist denn jetzt mein toller... ...Anzug? Da ist mein toller Anzug. Wo ist hier mein toller Anzug? Dieser Winteranzug, ja, das ist geil. Ja. Und bei diesen, bei diesen Nice Winter Grade ist auch nur ein Item pro Kiste drin. Ja, aber das könnte auch strange sein, also... ...da habe ich zum Beispiel das hier ausgepackt für einen Engineer. Warte. Das ist strange geworden. So, warte, ich bin jetzt Engineer. Hier, meinen Körper da, die Links. Das ist strange, zählt meine Punkte. Ja. Cool. Komm, wir zocken mal ne Runde, ne? Wir stehen halt hier im Spawn rum, während die anderen uns, ne, das Ding verschieben. Jo, warte, ich muss mal kurz hier wieder... Ey, du musst mal hier den Handel weitermachen, ne? Freddy. Ja, bitte. Du sollst den Handel mal fortführen. Ach ja, stimmt. Also du... Was für eine Kiste willst du jetzt? Normal, ähm... Ich brauche ein Schlö... Äh, ja, nee. Was will ich? Eine unartige oder artige? Was würdest du mir empfehlen? Ey, du hast ja... Wahrscheinlich hast du ja einen unartigen Schlüssel gekauft, da würde ich dir eine unartige Kiste empfehlen. Ich habe gar keine Schlüssel gekauft, habe ich gerade gesehen. Aber ist mir egal, ich kaufe jetzt einfach noch einen. Sag einfach, welche Kiste du dir empfiehlst. Ist mir egal, was empfiehlst du dir denn? Willst du blinkende Waffen haben oder willst du... Sachen am Körper haben? Blinkende Waffen. Blinkende Waffen, okay. Sachen am Körper. Nein, okay. Hier, komm, mach einfach noch... ...dass dir noch zwei Schlüssel und gut ist. So. Was ist das jetzt beides? Unartige und... Unartige. Und dann, wenn du was Doppeltes kriegst... Unartige. Dann kaufst du dir zwei unartige Schlüssel, machst die auf, Chris hoffentlich was Doppeltes. Der Skilla-Killa freut sich, weil er es dann kriegt. So. Oh ja. Und ich mach heute alleine euer Team fertig. Oh, ich hab grad zwei Sachen. Ich hab grad noch zufällig gleichzeitig den Freiheitswerfer zum 5. Mai gefunden. Sehr geil, ich hab Ding von 400. Oh, nice. Komm, du halt, ey. Scheiße. Wie berückt sich das jetzt wieder hier? Festliche Schrotflimte in der Hand nehmen hier. Schlingel. Dieser Schlingel, ne? Okay, Handel abgeschlossen. Sehr schön. Ah, jetzt hab ich auch noch ne Artige. Soll ich mir jetzt einen unartige und eine Artige Schlüssel kaufen? Gönn dir es mich schnuppe. Hauptsache, du verballerst dein Geld. Richtig. Äh, okay, gut. Nein, 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 nein. Ich kann doch, komm. So will ich leben. Ey, Freddy. Ja, bitte. Ich hab voll die gute Idee für so ein Videoformat. Dass wir irgendwie einmal pro Woche oder sowas so ein Videoformat machen. Wo wir beide so Pack-Oponings machen. Wo wir irgendwie Kisten kaufen. Ja, bist du doch arm bei. Ja, wir machen ja pro Woche eine Kiste. Oder pro Monat irgendwie. Ja, da muss er dabei sein. Weil wenn was doppelt ist, kriegt er es. Ja, ja, ja. Alles, was doppelt ist, kriegt Skilla-Killa einfach kostenlos. Nee, alles, was doppelt ist, wird unter den Zuschauern verlost. Ey, ich bin doch Zuschauer. Ja, genau. Ja, ja, aber nicht der Einzige. Ach, soll ich? Du könntest nicht mehr, nein, weg von mir. Aua. Das kann man ja so mal im Monat machen. So 25 Euro draufladen und davon Sachen auspacken. Dann würde ich sagen, machen wir einfach pro Monat. Sagen wir, pro Monat öffnen wir irgendwie drei Kisten. Ey, und hier hat mich mit meiner... Er hat mich mit meinem Namen getötet. Ich hab dich mit was? Nee, ich hab... Ich bin Pyro mit meinem Skilla-Killa. Ja, ich hab dich mit meinem Namen getötet. Ja, so, packst du jetzt bitte die Kisten aus. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin grad hier dabei, unser Team zu verneuern. Unser hier, der Teilwagen, Loro. Die Kisten mit meinem Namen getötet. Ja, du kannst das nichtare... ... Lol, wo kommst du her? Na, 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 na. Hey, na, 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 na. Und Dirty ist mal wieder weg. Okay, dann entschuldigt mir. Okay, Naughty und ein Nice, okay? Okay. Ja. Okay. Zur Kasse. Okay. Autorisieren. Okay. Transaktion abgeschlossen. Erfreuen Sie sich doch bitte. Ja, natürlich. Ja, freu dich bitte. Freu dich. Klar doch. Ich glaube, wie er die Karte wechselt. Ja, das habe ich auch schon mit mir. Ich tatsächlich auch. Für meinen Teil. Ich habe einen neuen Artikel von der GameNowInference App erhalten. Oh, das ist ja unglaublich. Ach, hast du die App runtergeladen? Ja, schon lange. Ich finde die App gut. Also muss ich ehrlich sagen, die ist vom Design her ganz cool. Ja, die müsst ihr euch echt immer holen. Die ist ganz fit, sieht sehr schön aus. Haben sie super gemacht. Die, äh, der Support of a GameNow. User in your channel timed out. Soll ich so eine App auch noch zum Dirtinator machen? Was spielen wir denn für eine Map eigentlich? User in your channel. So, da bin ich. Ja. Moin. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ja, das freut mich. Was hast du ausgepackt? Noch nichts. Ich wollte auf dich warten. Ja, warte, ich trete noch mal bei. Ich hatte jetzt auch die Aufnahme kurz pausiert, ne? Also, bei mir geht's sofort weiter. Ja, aber Freddy, ich werde jetzt diese Kisten öffnen. Ja gut, aber ich bin noch nicht auf dem Server. Also, aber mach's mal. Ist doch völlig egal. Ja, das stimmt. Ich werde anfangen mit einer artigen Winterkiste. Oh, jetzt kommt's, 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 kommt. Ich habe gefunden. Drei, zwei, eins. Ich habe gefunden. Och ja. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Ja, non usual. Och ja, er hat auch ja gefunden. Och ja, non usual. Sieht ganz okay aus. Na, öffnen wir direkt die nächste auch noch, ne? Irgendeine Heat hat er ja geöffnet. So, das öffnen wir auch noch schnell hier, die unartige. Und ich habe gefunden in 5, 4, 3, 2, 1. Keine Shot. Boah, das sieht voll geil aus. Och. Was hast du denn gefunden? Oh, die Dämonite, das Schild. Werden wir das doch direkt mal schnell ausrüsten. Ach, Skillerkiller, mach dir keine Sorgen, du wirst eh was gewinnen bei mir. Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Doch, ich werde, glaube ich, monatlich. Also Fred, wie viel bist du denn bereit, monatlich für solche Videos zu opfern? Für solche Pack-Openings. Kisten-Openings. 25 bis 50. Würde ich sagen. Ja, ich bin dann für nicht so viel bereit. Also ich gebe, glaube ich, für so was maximal 15 Euro pro Monat aus. Weil ich will mich echt nicht arm machen damit. Du hast doch gesagt, du willst doch in der Woche immer so ein Unpacking-Video machen. Nee, pro Monat ist vielleicht doch intelligenter. Ey, ich spiele mal Dämonite. Aber das Skillerkiller hatte eine gute Idee und zwar, YouTuber gegen Abonnenten, das ist ein geiles Format. Das muss ich, habe ich mir schon aufgeschrieben und ich sollte aufhören, jetzt hier mit meinem Stift rumzuspielen. Und jetzt, ah, jetzt werde ich endlich wieder verboten, das freut mich. Ja, wohin wir YouTube? Ja, weil ich bin hier gerade ziemlich gearscht in deinem Film. Oh, der hat sich mal wieder eingekillt. Ja, endlich. Ah, voll schön. Das ist voll geil, dieses hier Schild. Und noch den Bot. So, jetzt kann die Aufnahme bei mir auch weitergehen. Das ist ja unglaublich. Ja. So, wo ist denn hier der Skillerkiller? Da, so, der will meine Hilfe. Aber hier, Freddy. Ja. Wann machen wir das Video denn? Welches Video? So ein Unpacking-Video? Ja. Ja, nächstes Jahr würde ich mal sagen. Am 1.1. Oh, das soll jetzt sein, das soll jetzt sein. Am 1.1. Aber, aber Freddy, die Frage ist, woher kriegen wir die Kisten alle? Ja, also, ich kann da einiges spendieren. Okay. Oder für 3 Cent im Moment.